Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und heute werden wir die App Industrialisationsquiz testen, die es für 99 Cent im App Store gibt. Wenn wir dieses Spiel erst starten, dann haben wir auf der ersten Seite erstmal die Frage, die wir natürlich hier überantworten müssen. Leider haben wir das Ganze jetzt auf Englisch gestellt, was natürlich ziemlich doof ist. Aber wir wissen hier natürlich, dass die Antwort Luis ist. Das sehen wir jetzt auch hier an diesem Haken, dass es recht ist. Wir sehen auch, dass der Touchscreen hier funktioniert wirklich super. Es ist auch extrem geil. Und hier wissen wir natürlich auch, dass das Ganze von Carl von Linden erfunden wurde. Hast du geraten, oder? Nein, das hatten wir eben schon. Und wir wissen natürlich auch, Great Eastern war dieses größte Schiff, das irgendetwas auch immer gemacht hat. Und die letzte Frage ist sehr schwer, dem Schwierigkeitsgrad besonders zuzuordnen. Und zwar... Ich glaube, richtig. Also ihr seht, bei der App kann man auch gut weiterkommen, wenn man Glück hat. Für 99 Cent finde ich das wirklich ein super Spiel, kann ich nur jedem empfehlen. Gibt es das auch auf Deutsch? Genau, das gibt es auch auf Deutsch. Wir machen jetzt mal Arbeiten in der Schokoladenindustrie und zwar über die Arbeitszeiten und Löhne. Da kann man dann einen Text lesen und der ist sehr interessant und dann kann man die Fragen auch super beantworten. Also 79 Cent... Für 79 Cent finde ich die App völlig in Ordnung, kann ich euch nur empfehlen. Abonnieren, kommentieren und tschüss. Ja, das ist das. Vielen Dank.